So Leute, komischerweise ist gerade mal eine Aufnahme abgekackt. Ich mache jetzt einfach weiter mit der Aufnahme und hänge das hier hinten dran. Es hat sich nichts groß verändert. Ich habe einen Gegner, der ist Level 6 und heißt Lukas mit Z am Ende und hat ein Bild mit Cristiano Ronaldo. Ja, ich spiele hier immer noch gegen Deng und wie die Kamera abgekackt hat, hat Deng Tor erzielt. Also steht nicht nur 0-0, sondern 1-0 für meinen Gegner. Mein Gegner hat nur noch 1 Minute 10 Zeit, um zu machen. Ja, ihr spielt schon ganz schön lange. Ah, der ist auf der Linie, der ist auf der Linie dabei. Wer den jetzt nicht rausholt, könnte ich jetzt gewonnen haben. Gewonnen. Ich bin weiter, Halbfinale. Müssen wir warten. So wie es aussieht, bringt die Kappi nicht mehr Glück. Die Kappi und ich Kappi. Du trinkst hier keine Capri-Sonne. Ja, okay. Oh, ich hatte hier einen Level 1 in der Gruppe. Was ich euch fragen wollte, bevor die Kamera abgekackt ist, soll ich mal wie ein Roboter in irgendeiner Folge sprechen für 2-3 Minuten? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wir würden uns sehr freuen. Abonniert mich und ja. Weiter geht's mit der Aufnahme, ne? Oh, wenn der Gegner jetzt kein Tor reinmacht und sich lange Fax-Fax-Diesel, dann hat man...